wir haben ja vor drei wochen diese wassersäule gemacht und der knaller da oben ist ja luft drin liegt aber nicht daran dass es undicht ist sondern dass diese die beiden die gräser produzieren so viel sauerstoff dass ich so viel sauerstoff hier oben schon angesammelt das ist echt der knaller